Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Da gehen schon wieder die Geschenke, die explodieren da hinten einfach mal so. Der wäre mir beinahe auf den Kopf gefallen. So, was haben wir heute vor? Was haben wir oben? Meilenstein, genau. Den müssen wir noch machen. Ja, ich weiß. Oh, meine Station steht hier halb im Boden drin. Also, hier, das ist klar, das hatte ich ja letztens, glaube ich, erklärt. Es ist ein bisschen eng gebaut, gebe ich zu. Hier kommt was raus. Kabel. Ist das Ding voll? Muss ich hier mal ausnehmen? Damit der weiterarbeitet, oder? Ne, der hat keinen Strom mehr. Ja, er hat keinen Strom mehr. Warum hat er keinen Strom? Ich stelle mir immer wieder die gleiche Frage, ne? Weil er kein Strom angeschlossen ist, da bin ich ja beruhigt. Oh. Da muss man immer wieder aufpassen, dass die Sicherungen nicht rausfliegen und, und, und. So, dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Damit haben wir hier überall noch was drin. Äh, nö. Biomasse. Nein, nicht Biomasse. Stumm. Hier das. Fester Biotreibstoff soll hier rein. Da sind noch 29 drin. Und hier war nichts mehr. So, hier auch nochmal was rein. Damit hier die Produktion weiter geht. So. Okay. Ähm. Haben wir denn noch genug von diesen Biotreibstoffdingern? Nein, gar nichts mehr, ne? Ja, 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 ja. Da sind doch 200. Okay, 200. Nee, das ist Eisenärzt. Nee, das kann... Kommt ein Eisenärzt rein. Hier, ne? Äh. Ach, Mist. Ich hätte doch einen Container zwischenschalten sollen. Ist jetzt aber echt bitter. kann ich den ausschalten wenn ich den ausschalte kann ich damit das band hier mal der leer läuft und dann kann ich hier mein ganzes eisenerz mal wieder da reinpacken was sagt das lager 65 eisenstangen was ja nicht unbedingt die welt ist rauben 352 schrauben jeder macht vier schrauben warum kommen hier so wenig eisenstangen raus jetzt wird ja bedeuten ich bräuchte noch so eisenstangen ja aber wie hier noch so eine fabrik für eisenstangen daneben packen wir haben ja ein splitter die müssten dann aber wieder hier eingefügt werden oder nicht ja müssten die dann gemacht hier so das ist ja auch nicht voll das bedeutet ich müsste es ganz anders bauen zwar hier kein splitter einbauen sondern diese produktionsstraße einfach durchführen bis hinten hin damit da schrauben rauskommen das muss weg und jetzt gucken wir mal ob ich hier daneben noch so einen ofen bekommen schmelz rufen da noch einer hin passt eigentlich schon auch nur ja wer hätte das gedacht eisenstangen aber wieder typisch oder so eisenstangen nehmen wir die hier mal raus und dann brauchen wir hier noch einen daneben zu schmelz rufen daneben bauen aber so dass auch wie habe ich denn den da hingebaut so noch mal so der snap doch jetzt hier sich fest oder nicht was ist denn jetzt los was so ich habe kein mal war das nicht muss in meiner bauen wo war das noch meiner bauen kann ich hier in meiner bauen kann ich nicht kann ich in meiner wo ist das ding jetzt hin ich hatte jedoch so eine station stehen dass sie da so in meiner ne opina meiner würde ich einmal bauen es müsste das doch gehen das ist doch ein rohstoff vorkommen oder nicht aber dahinter ging es hier ging es ja da ist ja auch ein eisen vorkommen dahinter super dann bauen wir hier so raus es war nicht denn ich baue mir hier gleich in schmelzofen hände ungefähr da da kann ich den da hin schön immer in der flucht in die mitte von der platte ungefähr so sollte der doch passen so und dann muss hier uns geht es geht aber sieht scheiße aus nene das nicht gut das nicht gut so noch mal schmelzofen dann kommt er halt hier hin nein zu froh zu schnell gedrückt so ja gut dann würde ich hier so gehen wir da hin und dann was war das denn jetzt sag mal und hier bitte hier hin und kann ich dann von da nein kann ich nicht ich muss zwei zurück gehen muss man ja wissen so du auch mit zwei zurück oder fange ich hier an sonst überlappt sich das noch mal so ähm dann kannst du nicht gerade da rausgehen hallo du sollst gerade bitte da rausgehen ich glaube es nicht ich glaube es nicht aber das hier so ist dahin und zwei zurück 12 zwei zurück dann von da jetzt da war ungefähr so und hier noch mal mehr klar war mir klar also das hat funktioniert sagen wir bauen das so dahin und dann zwei zurück ja komm dahin da ist mittig da ist mittig dann zwei zurück 12 zurück ja super dankeschön vielen dank wo ist hier hin muss doch gehen geht das nicht ich bin jetzt in der mitte von der platte ok gut das merken wir uns wir sind in der mitte der platte ok dann habe ich halt nicht in die mitte von der platte sondern ich baue es 1 davor dahin man das jetzt nicht geht es geht so und am ende da kommt noch mal ein fundament hin und sieht das nämlich doof aus so der braucht jetzt noch strom haben wir hier denn noch kapazitäten ja kannst keine weiteren leitungen anschließen ja dann was natürlich nicht jetzt hier ein loch gefallen kommen nie wieder raus das ist natürlich dann wäre es wenn ich hier in torm hinbau und die mitte da so dann noch mal ein ja da hin so ne dann gehe ich von da nach da bau hier eine leitung ab und lege die dann von hier noch da hat funktioniert so hat er jetzt strom hat er nicht warum nicht erst die sicherung ausgeflogen nö so nicht warum hat er dann kein strom weil ich ihn doch nicht verbunden habe clever wie ich bin so genau so das ist dann die schmelze und der schmelze geht es dann ja ruhig an container oder ich dann container hin dann schwebt dann der luft das ist doof dann würde ich den dahin wollen ist das so richtig jetzt wir werden das gleich sehen da freiräume überlappen sich ab können dann ich denke ich mir erst bis da und dann passt du junge was natürlich auch kein strom ne man die sache mit dem strom hier so macht er jetzt was eisenbacher und bitte eisenbacher so werden denn die stangen hergestellt hier werden stangen hergestellt die werden hier gesammelt na gut so von der natürlich kann eisen mehr der hat keine reisen mehr das wollte ich doch so loswerden so genau so und hier werden die eisen stangen gemacht alles rausnehmen dann den weg machen dann kommt hier noch ein fabrikator ein fabrikator wo ist er denn produktion an den konstruktor heißt das ding ja konstruktor konstruktor der käme dann muss eine andere konstruktor der ist da egal ich bin trotzdem jetzt genau daneben fabrikator zeigt auch zwei teilen ein anderes teil haben wir ja auch noch nicht ne wie was wie kriege ich denn wieso kriege ich denn den hier nicht hin hallo so bitte bitte mach das geht frühestens da vorne hin da so ne da dann ist es also so reisen hier werden hergestellt eisen stangen ok und jetzt kann ich sogar kupferblech herstellen und dann würde ich mal hier noch ein container für eisen stangen hinstellen nicht alles so eng zusammen organisation daneben ich hoffe der war es jetzt richtig gepasst super super danach das sollte doch jetzt funktionieren müssten hier eisenbachen und eisenstangen rauskommen und funktioniert es nicht lassen mich raten kein strom mein armes stromnetz noch funktioniert das prima oder macht er da drüben nämlich nur schrauben und er hier macht nur stangen das ist perfekt perfekt so jetzt müssen wir noch mal unser eisen loswerden wenn ich das hier drauf werfen geht das dann auch kann ich das hier drauf werfen kann ich passiert nur nichts ist hier kann ich 100 reinballern und da kann ich 100 reinballern spiel doch irgendwie gar keine rolle oder die letzten noch so eisen ist weg weisen stangen paletten alles klar gut dann lass das mal vor sich her tutteln und wir schauen uns mal das nächste update an vielmehr so das haben wir awesome shop awesome schredder farbpatrone und bauwerkzeug upgrade customizer ok was haben wir hier logistik tja sprungflächen eigentlich auch das kein mensch was ist denn das motor dann machen wir zuerst das ne haben wir alles reinpacken was wir hier haben so aber was haben wir denn noch nicht gebaut können wir überhaupt was neues bauen ich sagte doch irgendwas also wenn da klar fundamente hatten wir schon amper ein meter aus neu hier haben wir ein beobachtungsturm ok und bei logistik da bin da mk1 das war es schon bei strom gibt es auch nichts und spezial hätten wir noch den weltraum ist und das namen was man auch das namen ist aber wir werden das gleich mal bauen so hier ist alles ziemlich dicht diskriminiert so wir gucken zuerst mal hinten nehmen wir uns ein paar platten raus hoffe das reicht da brauchen wir hier kabel nicht kabel wir brauchen draht 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 aber wird der draht irgendwo ah ja hier hier wird draht gespeichert super was war das andere das war schon wieder die falsche taste namen eigentlich gesagt ne das sollten wir jetzt alles haben ja können wir bauen frage ist immer noch wohin und ich hier so aus und dann hier so zum namen aber irgendwie sieht das nicht aus als wenn hier platz wäre dann baue ich es halt hier davor hier kommt das namen was immer was das sein mag so namen brauchst du strom namen nee sieht gut aus so und hier haben wir eine freie fläche das würde sich ja dann anbieten hier den weltraum lift zu bauen was für ein ding das ist ja riesig stangen draht und was ist das erste beton eisenstangen boden ist zu steil wo sind der bodensteil was ist das hier das erste das beton beton eisenplatten eisenstangen und das habe ich schon wieder draht gesagt ja draht nicht kabel so von der draht sollte reichen dann eisenplatten wir ruhig alles aus eisenstangen werden wir noch nicht so viele haben 78 wird wohl nicht reichen aber ich drücke immer falsche taste oje 400 und 500 beton 1500 kabel 1500 kabel ja dann müssen wir noch ein bisschen war ich hier raus das ist ja das ist hier kabel gerade auch 1500 so noch mal gucken draht hätten wir noch eisenstangen fehlen noch und beton beton sollte sich doch auch ausgehen er müsste doch hier jetzt almost zur verfügung stehen so beton ich habe euch alles raus und ja es fehlen jetzt nur noch eisenstangen gut es läuft alles kupfer ja kupfer alles gut dann können wir da oben das ja können wir das machen machen wir beton kupfer eisenstangen und platten dann haben wir schon wieder neuen upgrade bekommen oder war schon wieder zurück abfall entsorgung abfall entsorgen dann schauen wir jetzt mal nach aus dem schritte okay aber ich habe ja nichts über was ist das hier aus dem shop löse deine fisks coupons an ein fisk waren das nicht die von denen wo ist hier vorne wo ist hier vorne geil das ist doch das von den paketen da oder nicht oder sehe ich das falsch was hier drin eisenplatten okay eisenstangen ja ja das ist noch von unserer ersten lagerung hier haben wir jede menge schrauben drin und können wir das nämlich alles schön abbauen nummer mit hier platz gibt so ja prima und was hat er uns gesagt hier wäre zu steil ähm ich hole mal noch so ein bisschen fisk fisk zeug da noch ein bisschen wie 30 ich hatte schon über 200 ach die habe ich gelagert die habe ich ja gelagert richtig und dann gucken wir uns mal an was man damit machen kann so viele geschenke aber will er mich veräppeln kommen die immer wieder an der gleichen stelle raus oder was wenn man gleich noch das unkraut mitnehmen um wieder paletten zu machen er lässt nicht paletten und ich kann ja nicht auf dem ganzen planeten die geschenke abladen oder was ist das denn für eine nette firma so die nehmen wir uns noch ja geh weg du krummelfieh oder nämlich doch tatsächlich ja nicht ja jetzt ist aber komisch aus so so dann wählen wir uns noch einen neuen punkt aus fürs nächste mal damit wir wissen was wir zu tun ne so äh aktiven mal in den meilenstein auswählen so logistik mk2 ja von mir aus Okay, gut Achso, das ist jetzt hier so reingebaut, klar Aber ich kann das nicht umsetzen, mir fehlen noch viele, viele Teile dazu Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen und dann schauen wir uns mal dieses Couponsystem an Dann, äh, bis morgen und, äh, tschüss